Hallo, wir sind Vertriebsassistentinnen bei der KSK Immobilien. Damit sind wir deine ersten Ansprechpartnerinnen, falls du eine Immobilie verkaufen oder kaufen möchtest. Du erreichst uns in der Filiale vor Ort, online oder per Telefon. Wir nehmen deine Wünsche entgegen, erfassen deine Kontaktdaten und leiten dich an den zuständigen Immobilienberater weiter. Damit unterstützen wir dich bei dem gesamten Kauf- und Verkaufsprozess. Die KSK Immobilien findest du in rund 50 Standorten im Rheinland. Unsere Kontaktdaten findest du jeweils auf unserer Webseite.